Es passiert immer wieder. Auf den sich kreuzenden Lauf- und Fahrwegen eines Betriebs herrscht ein reges Hin und Her. Dadurch entstehen gefährliche Situationen. Warnschilder und Spiegel können helfen. Wenn jedoch nur ein Fahrer oder Fußgänger nicht aufpasst, können die Folgen kostspielig sein. Zur Erkennung des Verkehrs in solchen Bereichen ist das Safety-Signal-Warnsystem von RideHeight die richtige Lösung. Safety-Signal warnt Fahrer und Fußgänger, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer aus beliebiger Richtung nähert. Empfindlichkeit und Größe aller Erkennungsbereiche können für jede Anwendung angepasst werden. Safety-Signal erkennt aktiv den herannahenden Verkehr und warnt umgehend mit gut sichtbaren LED-Signalen. Entweder Vorfahrt achten oder Stopp. Für noch bessere Sichtbarkeit leuchtet ein helles blaues Signal am Boden. Safety-Signal ist einfach zu installieren, anschließen und schon ist es einsatzbereit. Konfigurieren Sie Safety-Signal für jeden Kreuzungstyp, 2-Wege, 3-Wege oder 4-Wege-Verkehr. Und so funktioniert es. Nähert sich ein Verkehrsteilnehmer dem Erkennungsbereich aus einer Richtung, wird in anderen Richtungen ein gelbes Vorfahrt-Gewähren-Signal angezeigt. Wird Verkehr aus zwei oder mehr Richtungen erkannt, sieht der ankommende Verkehr ein rotes Stoppschild. In alle anderen Richtungen wird das Vorfahrt achten Signal angezeigt und am Boden erscheint ein blaues Licht. Wenn sich der Verkehr aus allen Richtungen nähert, wird allen heranlernen Fußgängern oder Fahrzeugen ein rotes Stoppsignal gezeigt und am Boden erscheint ein blaues Licht. Mit Safety-Signal steigern Sie Ihre Produktivität und schützen gleichzeitig Ihre Ausrüstung, Ihre Produkte, Ihren Gewinn und vor allem Ihre Mitarbeiter. Das Safety-Signal-Warnsystem. Nur von RightHeight.